Servus Leute und herzlich Willkommen hier gerade in der netten Burg vom netten König, der uns jetzt hier alles zur Verfügung gestellt hat. Und jetzt gehen wir aber hoch. Ja, jetzt gehen wir aber echt hoch. Wie Rüstung, Schwerter, was weiß ich noch alles. Achso, hier war ich ja auch schon. Warte mal, was ist denn da? Ich gehe nochmal ganz hoch. Ich gehe nochmal eben ganz hoch. Warte, ich gehe erstmal einmal komplett außen rum. Ja, okay. Oh, hier sind Betten, ich pennen. Komm auch zu den Betten. Ich kann nicht pennen. Wie, warum kannst du nicht pennen? Sehst du neben mir? Nein, nein. Attack, a tree hunter? Warum kann ich nicht pennen? Ja, das weiß ich auch nicht. Gegen Monster oder was? Also ich kann da sogar pennen. Jetzt kann ich auch. Alles klar. Ja, passt, der ist doch alles. So, sehr schön. Okay, Leute, das war jetzt auch in Ordnung. Ah, hier sind nochmal Betten, egal, bockt nicht. Bockst gar nicht. Was ist denn hier noch so schönes? Paar Öfen, sagst du? Ah, hier ist die Küche wahrscheinlich. Alles klar. Ja, Kitchen, alles klar. Warum hier Kakteen stehen, Leute? Das fragt mich echt nicht. Auch heldenhaft bin ich da runtergefallen. Ist auch runtergeflogen? Nee. Nee. Oh. Ja. Was ist? Mein Kraft ist schon wieder abgeschissen. Hahaha. Oh Mann. Was ist denn das eigentlich? Das ist voll komisch. Von mir schmiert das eigentlich nie ab. Wenn dann leckt's. Wie sau aber. Boah, was du kannst. Löders Glätt. Das kann ich doch schon dreimal hier. Was? Wie viel halten der aus, Alter? Jetzt geh mal zu sterben. Danke. Echt ein Depp hier. Au. Alter, Alter! Wenn die nur nicht so Rückstoß hätten, die blöden Pfeile. Da geht irgendwie grad ein Enderman drauf hier bei mir. Kommst du immer nicht drauf? Äh, doch. Grand Dining Hall, alles klar, hier ist der Speisesaal. Hey, wo bist du nur lang? Hoch, einfach hoch, immer hoch, hoch, hoch. Ja, warte mal auf mich. Ja, ja. Geh noch nicht sehr wauer. Kein Ding hier. Ich frag mich gerade, warum ich irgendwie Zucker aufgesammelt hab. Ja, ich hab auch manchmal Zucker gekriegt. Ist das ein bisschen froh? Das ist ein bisschen der Great Dining Hall. Ja, genau. Da lade ich auf den Tisch rum. Alter, ich glaube hier ist das... Ach, Zucker kriegt man hier von den Creepern. Da müsste Gunpowder stehen wahrscheinlich. Ja, das sieht noch aus, und sogar. Das ist klar. Ne, also bei mir steht Zucker. Echt? Also bei mir ist es, ich hab immer Scumpowder. Oh, das nenne ich ein Bett, Alter. Das nenne ich ein Bett. Oder? Das nenne ich ja eigentlich ein Bett hier. Mega nice. Okay, alles klar, dann müssen wir jetzt eh... Ach, ist das hier das Wasser? Wow! Alter, ich hab mich, hab einen guten Blick gehabt. Ich war, ich war, ich war akzeptabel fürs Wasser. Heilige. Guck an. Jetzt mal hier. Alles klar. Und jetzt? Wo hat... Bist du auch schon runter? Durchs Wasser? Noch nicht. Noch nicht, alles klar. Ich weiß, aber ehrlich gesagt, nicht so hundertprozentig, was das jetzt gebracht hat. Aber irgendwie haben wir ja, haben wir es geschafft jetzt oder nicht? Ich glaube aber ja. Ach so, da geht's noch weiter. Ich bin natürlich... Nicht weiter. Hä? Au. Ich schwöre jetzt nochmal hoch, Alter. Hm. Okay, das ist super, wenn du mich jetzt wissen willst. Wo bist denn du? Ich bin durch das Wasser gegangen. Okay, ich bin jetzt gerade nach oben. Ähm... Du, 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 du. Weil da waren wir im Prinzip schon mal, oder? Ja, ja, das ist das, wo wir da standen. Ah, ich weiß, ah, warte, da habe ich wenigstens noch eine Kiste gefunden, hier. Da sind da noch drin, 16 Fackeln, ja, ganz klasse. Egal, das ist als nichts. Kommt man hier rein? Da kam... Da kam... Ich glaube, da kann man... Wir können auch wo anderweitig wohl lang... ...haha, hohohoho. Fuck Enderman. Ja, aber nee, das war doch das, was wir machen sollten. Wir sollten doch das Wasser da aktivieren. Aber man kann, glaube ich, noch weiter hoch, wenn ich das richtig gesehen habe. Ach ja, genau, wir sollten noch mal ausgucken, auch genau, wir sollten noch mal ausgucken. Wo ging das denn hoch? Hier, hier lang? Also hier kann ich, glaube ich, noch lang... Das waren nur nur ein paar Creeper, habe ich gehört. Oh, jetzt ist mir der scheiß Enderman da reingelaufen, Alter, ich glaube es nicht. Da läuft es mir auch fett rein hier. So, sehr schön. Alles klar. Wo, nee, hier waren wir auch noch nicht. King's Library. Ach, das ist voll groß. Das ist schon groß hier. So, Creeper, du kannst nicht mal. Alles klar, hier geht es noch hoch. Was ist das für eine Bibliothek? Mega nice. Aber ich glaube, hier ist jetzt auch nicht wirklich noch was, du. Ah, doch, da hinten ist noch eine Truhe. Bücher und Battle of Enchantment-Dingern. Was bringen die denn? Level, aber wofür? Bücher, wow. Ja, nee, das war jetzt echt nicht so der Bringer, du. Äh. Wunderbar. Nee, das habe ich jetzt echt nicht kapiert, ganz. Der hat aber gesagt, dass da... Ach, geil, das ist ein Kaktus. Ach, nee, ich würde mich nicht kaputt machen. Wow! Ich bin hier irgendwie runtergeflogen. Lol. Wo bist du? Hier runter? Ja. Ziemlich wahrscheinlich nicht. Boah, Alter. Muss man wieder ganz schnell was essen? Man vergisst das, finde ich, voll. Weil man muss ja immer auch volles Essen haben, damit sich das Leben wieder regeneriert. Das nervt, finde ich. Au. Au, Alter, übertreibs nicht. Übertreibs nicht, spinnen. Oder hinten geht auch noch lang. Hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Alter, hinter dir... Alter, übertreibs doch nicht. Wie viel Spinnen waren da? Ja, wo es lang geht, das frage ich mich schon seit zwei Parts, ey. Nein, du hast dir gerade nicht gesagt, es geht noch lang. Oh, das war die Küche. Ich dachte, da wären wir noch nicht gewesen. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich habe auch nichts Neues. Ne, aber das war mit dem Wasser auf jeden Fall. Das war gut. Was bist denn du mittlerweile für ein Level? Ich bin Level 29. Du? 26. Ja, ich hatte aber auch Enchantment-Dinger. Also... Aber... Die bringen halt dann auch was. Geeta! Geeta! Oh, hier geht's weiter, hier geht's weiter. Hier waren wir noch nicht. Wo bist denn du? Wart doch auf mich. Ja, du folgst mir auch nicht. Mensch. Ja. Alles klar. Ne, hier geht's hoch, hier geht's hoch, glaube ich. Zwar über komische Wege, aber hier geht's hoch. Mega nice. What the fuck? Das ist echt ein sehr komischer Weg. Irgendwie hat es nicht so 100% Stil. Hi, Creeper. Hi, noch ein anderer Creeper. Ich will nicht sterben. Oh, noch ein Creeper. Alles klar. Erst mal was essen. Ja, erst mal was essen hier. Na, was brauchen wir jetzt? Ich hab gar nicht. Ey, ohne Scheiß. So viel zu essen ist das gar nicht. Ach, den Creeper-Tod. Ei, 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 alter. Und jetzt... Ja, weiter hoch, weiter hoch. Ich hab nur Zwischenstopp gemacht, um bisschen was zu essen. Ja, ich hab das verwegen, weil ich grad ein bisschen verwirrt hab. Alter, wir hatten diesen Scheiß gebaut. Das ist ja echt hässlich. Alles klar, jetzt mal oben. Und hier oben ist... Nix aus einer Kuchen. Nix. Und eine Schallplatte. Das ist klar zum Schallplattenspieler. Jawohl. Moment. Wow, das ist schon... Ich bin nicht gerade klein. Stop and smell the rogues. Was für Rosen, Alter. Hast du Musik ausgemacht, du Asi? Nein. Ist klar gut. Ja, Judy. Ja, schön. Boah, ich könnte mir ein Schwarz verzaubern. Ja, das mache ich. Geht nur leider nicht, weil er schon verzaubert ist. Das zeige ich mir nicht, das hier. Es geht nur also Level 7. Da muss es noch etwas Besseres geben. Level 8. Hier was Besseres. Da brauchen wir mehr Bücherregale, gell? Na komm, dann will ich jetzt aber Level 8 hier. Alles klar. Das haben wir Schaden. Alles klar. Ich habe voll das geile Schwert jetzt. Warte mal, geht es hier nicht noch irgendwo anders hoch? Hier geht es nicht weiter. Mann, ist die Musik geil. Oh, Alter, ist das hier krass, Mann. Okay. Ja, nee, wir mussten doch zu dem Wasser. Das war unsere Hauptaufgabe. Oh. Gibt es hier unten irgendwo Wasser? Ich würde da gerne runterspringen. Oh, fuck. Alter, ich drücke aus Versehen echt immer Sprinten anstatt langsam large. Also so sneaken. Ui, 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 ui. Alles klar. Nee, okay. Ich gehe nochmal eben hier runter. Und ich glaube dann... Warum höre ich denn immer noch diese beschissene Musik, Alter? Ich hoffe, die hat bald wieder auf. Ja, ich auch noch. Moment mal, hier geht es sogar noch runter. Ist klar, da gehe ich auch nochmal eben runter. Ja, und dann gucke ich mal einfach mal. Wir müssen auf jeden Fall nochmal zu dem Wasserteil. Und da war doch irgendeine versteckte Sache irgendwie. Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Aber irgendwas war da noch. Und wir mussten erst zu diesem Wasserteil auf jeden Fall. Das hat ja soweit schon mal geklappt. Und so langsam kennen wir uns auch ein bisschen in der Burg aus, würde ich mal behaupten. Das ist aber, wie tief geht es hier runter, Junge. Alles klar. Ja, stirbst ein bisschen hier. Also die Musik. Du gehst ein bisschen am Kackpust, sagst du. Äh, okay. Ich bin ganz unten. Und hier machen wir einfach nächstes Mal weiter. Weil hier waren wir auch noch nicht. Und insofern, danke, Zuschauer, noch was euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.